hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zum mordor schatten mache jetzt mal ein bisschen verbesserungen angriff von oben explodieren lassen finde ich ganz hilfreich so könnte ich was kaufen aber ich möchte eigentlich ganz gerne eigentlich möchte ich ganz gerne schwert ruhen platz ich sicher eigentlich möchte ich ganz gerne für gesundheit sparen aber ich denke mal das ist bei mir sinniger ich stehe in deiner schuld so ich habe die fußspuren verloren aber es nicht weiter geht das so jetzt kletter ich ja diesen nicht vorhandenen turm hoch der turm aus elbensteinen gebaut erleuchtet als wäre er aus licht errichtet aha okay dafür kriegt die belohnungen okay so gollum wo bist du hier entlang deine kreatur wandelt auf gefährlichen faden da hinten alles voller urux schleiche so durch die gegend und was ist das denn da ein pflänzchen na die muss her die spuren des geschöpfs führen in die höhle eines karakor das ist ja ganz nett oh warte mal ja gehen wir auf die spuren dort es läuft davon spuren immer schön sammeln ich weiß nicht ob das was bringt ich krieg voll bock jetzt den hobbit nochmal zu sehen ich kann Von ihm? Oh! Schnell! Es läuft davon! Was? Jetzt ist der auch ne abgehauen, der Idiot. Oh nein, da kommen Oroks. Jäger sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens... Ah, um Speeren auszuweichen. Oh oh! Oh, nicht mich! Weiß nicht mich! Nicht mich! Nicht mich! Tippe A um Angrabe auszuheben. Äh, geht nicht! Ich werde gerade getötet. Ähm, kann ich da nicht... Seine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Er wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig! Sei still, mein Schatz. Du glaubst es wär so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein! Nein! Tut uns nichts! Was warst du davon? Du... Leuchtender... Herr... Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns... ...in unseren Träumen. Du sagst mich. Ertuah! Der Schatz... Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu denen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Heu! 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 Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wenn ich bin? Die Bestie, die du jagst, ist in der Nähe. Hä? Hier ist gar nichts in der Nähe. Was ist da denn? Für jeden einzelnen seiner Feinde anschließend, die die ihn gefasst hatten. Mhm. Scheinbar durchlegende Fähigkeit. Okay. Artefakte laufen hier... Artefakte gibt es hier auch noch? Ach mein Gott. Ich kann über vielen Sangen eher die Hymne des... Ja gut, das hinten... Das ist da sowieso ja dahinten, ne? Boah. Bin dafür, dass wir erstmal das machen. Hä? Bin sicher, dass ein Ziel aufgeht. Oh. Da standen noch ein paar. Hä? Was ist das denn für ein Zeichen? Ausgestoßener. Ein Ausgestoßener? Lassen wir die idiotischen Hauptmänner machen, was sie wollen. Die Häuptlinge werden sie schon bei Zeiten zurechtstutzen, wenn sie so weitermachen. Was ist denn ein Ausgestoßener? Bei Freiesklaven ausgestoßener Rettungsaufträge freizustalten. Das war ich nicht. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas seltsames gehört. Was meinst du mit seltsam? Es waren wahrscheinlich nur ein paar Ghule, die sich die Seele aus dem Leib... Hm. Hm. Information. Information. Achso. Unbekannt. Verhörungen, die Identität zu erfahren. Bestärkungsstichen sind bereits bekannt. Okay. Hm. 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 Um an den Detail zu kommen, musst du Informationen finden oder einen anderen Hauptmann verhören. Ach, das geht auch. Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Das macht voll Spaß! Ich weiß nicht, was... Ja. Uh huh. Tiff! Toll die anderen! Oh! Wöh! Pff! Tiff! Ha! Wöh! Hhh! Bitta, du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Ja, ja. Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Das mit dem Schwert, das interessiert mich gerade mehr. Ich glaube, wir wollen beim Hauptmann über das ganze Gejammer hier beschweren. Hm. Na gut, ich komme ja hier auch ungesehen durch, ne? Oder? Machen wir mal ein paar Fliegen hier. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich glaube, die suchen mich jetzt gerade. Die Musik ist teilweise sehr laut wieder, ne? So, einmal ein Lucken. So, den habe ich. Ich brauche Elfengeschosse. Wäre mal wieder sehr hilfreich. Moment mal, da ist so ein Dingens. So ein Kara-Vieh. Ich möchte den Vorposten von Uto nie wiedersehen. Ich auch nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Hm. Okay, wie komme ich... Wie komme ich... Dorthin? Okay, das war scheiße. Okay. Okay. Die scheinen sehr beschäftigt zu sein. Das wäre aber dumm. Jetzt da so, oder? Nein, ihr habt nichts gehört. Alles schön. Ach, die Viecher werden mich doch jetzt bestimmt holen. Ablenken. Die werden mich holen, die Viecher. Ich hätte den jetzt Angst einjagen können mit dem Ding. Wo ist jetzt dieser Tag am Schaum, hir? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht wüsste das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So sind wir auf ihn gefangen. Ich weiß nicht. Hey, 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 hey. Wie kriege ich denn den Käfig auf? Warum machst du dir Gedanken über so etwas? Du wirst nie stark genug sein, um Häuptling zu werden. Ja, der war ja geil. Was ist das? Menschenhaut! Ich nehme deine Haut gerne doch. Aber du wirst nicht frieren, Tote frieren nicht. Mhm. Mhm. Na komm, 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 bitte. Du gehörst mir! Tja, warte. Schon vergessen, dass das nichts bringt? Bock für den Pferdorff! Dreckige Lache, ich weiß. Den habe ich doch gerade. Gib mir mal Informationen über den hier. Mhm. Der sitzt da hinten, alles klar. Anfällig, Kampf, Tote, Stöße, Anfänger, Schleichen, und blablabla. No. Wie kriege ich das Fito, äh, den Käfig auf? Oh, 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 oh. Wir sollten lieber dort draußen sein und unsere Waffen an den Schäden unserer Feinde schärfen. Du Narr, was dachtest du? Der dunkle Herrscher ließ ihn in eine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden Einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Forme die Legende des Schwertes Urfeil. Klingt interessant, machen wir mal. Ähm... Was? Oh, 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 oh. Leute, ihr hört mich drücken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, ich kann ihn mir. Boah, ich kann nicht mehr. Ich glaube, er hat sich etwas bewegt. Ach toll, der eine hat Informationen. Oh, oh. 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 Och, mann. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich vorher einen Cut gemacht, ey. Oh, oh, hat der mich gab? Oh my god. Oh god. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, warte, 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 da war noch einer, der... Wo sind die denn jetzt alle hin? Ach, jetzt habe ich den getötet, ich wollte den eigentlich verhören. Ich brauche mal hier. Ich muss mal hier eben... Scheiße. Ach, der macht hier Dinges. So, was haben wir denn jetzt hier? Hier ist noch nix. Das Türmchen wäre hier mal gar nicht mal so schlecht, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich denke, ich würde jetzt da erstmal machen. Wie kann ich denn die Quest aktivieren? Ja, ich weiß, dass der tot ist. Das sind doch gar nicht mehr so viele. Oh, Leute, ich muss einen Cut machen, ne? So. Okay, Leute, ich sage jetzt mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.